Die Ortenau war schon immer ein riesen Kreativpool. Wir schauen allein mal auf diese riesen Vielfaltslandschaft von kleinen und mittelständischen Unternehmern, die ja zum Teil auch Weltmarktführerpositionen in ihrer jeweiligen Produktsparte haben. Startup Connect ist ein Programm, da geht es darum zu vernetzen. Wir haben ein sehr starkes Netzwerk innerhalb der WHO. 53 Gesellschafterkommunen, 170 Wirtschaftsunternehmen, die bei uns Mitglied sind. Dieses starke Netzwerk wollen wir nutzen, um Existenzkunden und Startups eine Basis zu geben, um Kontakte zu finden. Über diese Werbung habe ich dann dieses Accelerator-Programm entdeckt, habe mich dort beworben und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, weil die Leute super vernetzt sind in Schwarzwald Rhein und da können wir natürlich dieses Netzwerk jetzt auch nutzen und hoffen natürlich jetzt da gemeinsam eine Sache zu machen und das auch voranzubringen. Dann gibt es verschiedene Themenschwerpunkte, alles was man in der Schule nicht lernen kann, sage ich jetzt einfach mal. Also es geht ganz konkret darum zum Beispiel um Steuerrecht, verschiedene Firmenkonstellationen, wie geht man ins Gespräch mit Investoren. Also es sind rundum ein Paket, alles was ein Startup-Unternehmen braucht, um groß zu werden. Das Ziel vom Accelerator ist es, dass ich nach sechs Monaten ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt habe. Das heißt, nach diesen sechs Monaten habe ich Klarheit darüber, ob die Idee, die ich hatte, mit der ich in den Accelerator reingegangen bin, ob die tragfähig ist und ob ich daraus ein skalierbares Unternehmen aufbauen kann. Alles hat gestartet eigentlich im Schlafzimmer bei mir an einem Zwei-Mann-Bürotisch. Wir waren zu dritt, Sebastian musste das Bügelbrett nehmen. Das war schon ziemlich verrückt. Und ich denke, gerade zum Start als Startup kann man viele Fehler machen. Und da, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und durch den ganzen Gründungsprozess führt, kann man vieles schon vermeiden. Startups lernen auch von mir, indem sie das Rad nicht unbedingt neu erfinden müssen. Die Welt dreht sich sehr schnell. Die Märkte sind sehr schnell. Auch wir Arbeitgeber, deswegen beteilige ich mich auch hier, merken auch, dass wir mehr Power in die Region bekommen müssen. Das heißt, jeder, der da erfolgreich wird, wird auch die Region als Arbeitgeberregion stärken. Davon habe ich einen Nutzen. Und deswegen bin ich wirklich sehr erpicht, hier viel Kraft reinzugeben. Es gibt immer wieder bei Unternehmen auch Innovationsstaus, wo es einfach gut ist, wenn aus dieser Seite von Startup-Kultur mal auch ein neuer Wind reinkommt in die Region. Und gleichzeitig damit aber auch der Geist und der Sinn für unternehmerische Tätigkeit, für Selbstständigsein geschärft wird. Wir spüren, dass der Accelerator extrem erfolgreich ist, dass das sehr gut angenommen wird von den Startups. Deshalb werden wir das auch zukünftig weiterführen, dieses Programm. Für die Ortenau stelle ich mir vor, dass wir hier Nährboten schaffen und den weiterentwickeln, indem Startups wachsen können, indem sie sich vernetzen können, weil sie hier wirtschaftlich erfolgreich sein können, gut leben können und einfach auch Spaß daran haben, sich weiterzuentwickeln. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Das ist ein Grundsatz. Zeit war genial. Wir hatten einen geilen Lehrer, ein super Team. Einfach auch der Zusammenhalt, der zwischen den ganzen Leuten war, fand ich ganz toll. Einfach mal so ein bisschen was zu lernen, was man einfach vorher noch nicht konnte. Den Black Forest Asolator können wir jedem Jungunternehmer oder der ein Startup gründen möchte auf jeden Fall empfehlen. Der Horizont wird erweitert. Man bekommt Einblick ins Unternehmertum und rechtliche Dinge. Von dem her eigentlich optimale Plattform, sage ich jetzt mal, für die Zukunft. Das Startup Connect Programm inklusive dem Black Forest Asolator ist natürlich die herzliche Einladung, hier auch vorbeizukommen in Offenburg und sich das Ganze zu gönnen, was wir hier anbieten. Letztendlich ist eine ganz, ganz große Hilfestellung und Wegbegleitung auf dem Weg zum Unternehmer sein. Das Startup Connect. Das Startup Connect. Das Startup Connect. Das Startup Connect. Das Startup Connect.